Die Digitalisierung verändert, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir kommunizieren, natürlich auch unser Wirtschafts- und unser Arbeitsleben. Daraus entstehen Fragen, etwa zum Thema Arbeitsschutz, zum Thema, welche Auswirkungen hat das auf das deutsche Mitbestimmungsmodell, welche Auswirkungen hat das auf Arbeitsprozesse, Arbeitsweisen. Das sind spannende Fragen, die wir gerne mit Ihnen und mit Experten diskutieren wollen. Und deshalb seien Sie dabei im Livestream, wenn wir an diesem Mittwoch über Fragen der Digitalisierung der Arbeitswelt diskutieren. Wir wollen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen, dass wir die Chancen der Digitalisierung für unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bestmöglich nutzen. Und das ist unser Thema. Seien Sie dabei. Wir freuen uns. Dr. Tod des 머리-Graphen ist eine L Mitbestimmungsmodelle. Wir wollen, dass wir die Unterstützung hatten. Wir wollen, dass wir am Samira, wir wollen, was imminente Workers erford und wir wollen. Und das bes chats, wir wollen uns. Wir müssen sein. Wir wollen, dass wir uns kommen.